Aber ich denke schon, dass mich das hier Ja, ich meine, ich muss Dünger benutzen, sonst wird das nix Ich meine, eine Stunde, das wird zu knapp Es dauert noch einen Moment, bis es da, die Stunde ist Ist das nicht auch gleichzeitig das, was ich hier brauche? Ja Also voran bringt es mich auf jeden Fall So Für den Kuchen brauche ich Mehl und keine Butter Und Chemdog, brauche ich gerade Chemdog für irgendwas? Hierfür nicht Dafür nicht Also da steht jetzt 1 von 6 Entweder ich gebe das ab und da steht 2 von 6, weil ich 2 abgegeben habe Oder es heißt wieder 0 von 6, weil ich nix weiteres abgeben kann Nein, es ist 2 von 6 Okay Naja, da kommt ja im Grunde fast gar nix bei rum, aber ist ja auch die falsche Temperatur So Dünger reinhämmern Dünger reinhämmern Dünger reinhämmern Okay Okay So, die anderen kriegen jetzt das wieder Ja Ich weiß zwar, dass ich das ganze Gießen dann nicht hinbekomme Aber Es sind ja trotzdem ein paar Die ich dann später da oben noch reinhämmern kann You know So So Jetzt brauche ich nochmal eine Afghani Habe ich da ja glücklicherweise So Also 4 8 12 Plus 10 Sind 22 Okay Ich habe jetzt dann doch mehr Kuchen gemacht, als ich machen müsste, aber Egal Was man hat, das hat man So So Gut Dann kann ich hier gleich nochmal eine Runde abgeben Geil Das habe ich schon fast erledigt Da fehlt auch nicht mehr viel, bis ich zum nächsten persönlichen Level komme Das makes me very happy So Zwei Diamanten, danke Hier bin ich jetzt auf Platz 36 Da muss ich aber noch deutlich steigen, wenn ich mehr haben will Also wenn ich überhaupt hier zum Beispiel 30 Diamanten haben will Aber ich bin auf dem guten Weg Jetzt geht das aber nur noch eine Stunde und zwölf Minuten Und ich habe keinen Dünger mehr Hier gibt es auch nichts mehr Ja gut Kuchen habe ich jetzt eigentlich auch genug, das heißt ich kann auch alles, was jetzt hier Afghani ist Wieder abgeben So Nächste Runde Nochmal Diamanten Yeay Ich finde es ja ziemlich geil, dass wenn ich hier oben was abgebe, hier unten gleichzeitig auch Ich kann auch Sich ein paar Punkte sammeln Das erleichtert vieles Okay, ähm So Okay, ähm Sourdiesel ist fertig Die G13-Haze wird langsam auch in die Richtung gehen, genauso wie die Jack Hara. Okay. Na gut, wegen 11 Blüten brauche ich da jetzt nicht so ein Theater machen, dann sammle ich lieber noch ein bisschen. Oh, knapp. Nervenkitzel. Bis zum nächsten Mal.